Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test, diesmal mit dem Spiel Real Horror Stories. Ich denke, das wird ein sehr gruseliges Jump Scary Game, denn ich habe mir schon mal ein Let's Play davon angeguckt und ja, ich will es euch jetzt auch einmal zeigen. So, dann würde ich mal sagen, here we go. Oh Gott, das ist nicht mein Herz. Alter, wird das schon beginnt, hey. Scheiße. Enter. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Tropfen. Blut. Oh, oh je. Oh je. Pff. Oh Gott, das ist ein Tropfen, 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 das ist ein Trop Oh, I... Okay... Irgendwie ist das bis jetzt... Ja... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, das ist ein Problem. Was ist das? 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 Gott! Oh Gott! Oh god, oh quoi, oh quoi! Oh god! Perhaps you gotta think you're his dog suit Really the... Oh, Gott. Hä? Jetzt geht die Dicke an. Du Scheiße! Ah! Oh! Schock! Oh! Was kriegt das jetzt? Oh! Alter, ey, das ist krass! Alter! Puff! Uff! Okay, ich will sagen Tschüss bis zum nächsten Letzten! Bis zum nächsten Letzten!